Am Anfang eines jeden Produktes steht immer eine Idee. Diese Idee muss wachsen. Bis zum fertigen Produkt gibt es noch viel zu tun. Eine der ersten Fragen dabei lautet oft, wie erreicht man höchste Qualität bei gleichzeitiger Schonung der natürlichen Ressourcen? Gerade bei der Veredelung von Textilien kommt auch zwangsläufig die Frage nach der Verträglichkeit des Produktes für den Menschen sowie der Nachhaltigkeit auf. Hier wird bereits der Grundstein gelegt für die Eigenschaften und die Beschaffenheit des späteren Produktes. Spezielle Anforderungen brauchen auch Profis, die wissen, welche Materialien und welche Verarbeitung die richtige ist. Unsere Materialspezialisten entwickeln nach ihren Vorgaben die passenden Rezepturen. Unser zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem lenkt alle Maßnahmen und Abläufe und stellt sicher, dass sie professionell umgesetzt werden. Die neu erstellten Verfahren und Rezepturen werden dann auf einem hochspezialisierten Maschinenpark umgesetzt. In der Garnveredelung erhalten die Garne nicht nur ihre Farbe, sondern können auch mit verschiedenen Eigenschaften ausgerüstet werden. Nutzen Sie unser Know-how bei der Herstellung von Roh-, Bleich- und Farbketten. Gefertigt wird bei uns auf modernen Schlicht- und Zettelmaschinen bis zu einer Kettbaumbreite von 420 cm. Mit unserem umfangreichen Maschinenpark in der Färberei erhalten Ihre hochwertigen Materialien auch ein hochwertiges Aussehen. Unsere vollautomatisch gesteuerten Maschinen in der Färberei eignen sich zur Behandlung von Glattgeweben, Wirk- und Strickwaren, Fließstoffen und Florartikeln. Die flächigen Gebilde können bis zu einer Breite von 300 cm und mit bis zu 16 Farben in verschiedenen Farbstoffklassen bedruckt werden. Spezielle Effekte werden erzielt zum Beispiel durch Seersucker, Scheren, Sängen und Kalandern. Mit den richtigen Abrituren und Beschichtungspasten werden flächige Gebilde zu echten Hightech-Produkten. Auf unseren modernen Ausrüstungs- und Beschichtungsrahmen erhalten die flächigen Gebilde spezielle Produkteigenschaften, wie zum Beispiel Flammenhemd, Schmutz- und Wasserabweisend, Blackout- oder auch Anti-Rutschbeschichtung. Und das bis zu einer Breite von 340 cm. Selbstverständlich wird nach jedem Schritt der Verarbeitung das Produkt einer Zwischenkontrolle unterzogen. Vor der Auslieferung zur Weiterverarbeitung steht die visuelle Qualitätskontrolle. Die Produktion entspricht den höchsten Umweltstandards und geht weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, wird nach DIN ISO 9001 gearbeitet. Wir hoffen, dass wir auch Sie mit diesem kurzen Überblick über unsere Dienstleistungen überzeugen konnten. Denn dann können auch Ihre Ideen bei Ehing wachsen. Wir hoffen, dass wir auch Sie mit dem neuen Fahrzeug auf fünf Minuten haben. Wir hoffen, dass wir mit dem Rтовenskontrolle in der Luft sind die Schuldigen, wir hoffen, dass wir auch Sie mit den Rтовenskontrolle. in den Rundern zum Beispiel auf den Rundern zum Beispiel auf jeden Fall auf die DIN ISO 9001. Wir hoffen, dass wir den Rundern zum Beispiel auf die Türpen und auf die Türkeinen kennenlernen. Wir hoffen, dass wir uns gellt, wenn wir uns gellt. Vielen Dank.